werden und den gegner ja komm her ausprobieren war auch in der Ruhm aber ich denke in die engelten Kapitel getrunken ja Über die ist noch ne Kiste. Ich geh jetzt taktisch vor. Ich geh hier. Ich hab doch noch Steps gehört, ne? Reboot, ne? Reboot, ne? Oh, wow. Ich bin da dir. Der liegt gerade wie lang. Ich kann mir kurz den Begeln, ne? Ja. Oh mein Gott, hier findest du bisher die Runde. Ja, ganz gut. Ist jetzt nicht meine beste Runde. Aber... Es macht Spaß. Vor allem von den richtigen Spielern, ne? Ja. Ich tanze das... Ich tanze das... Ich tanze das einfach, warte hier so. Ich tanze das schon. Ach ne, guck mal, guck mal. Die Zone ist so weit weg, ne? Ich kann die nachgucken. Weil ich ja tot bin. Okay. Ich schwöre dir, auf alles ist die Zone weit weg. Aber warum müssen wir, wir müssen immer, Lukas hast du mir weg, wir müssen in jeder Runde sehr weit gehen. Ich habe kaum Pampel. Prozent okay man sich die Gegner der Katzenreiter und Norddeutschland ich muss die Doppel schneiden aber bei zwei gegen eins gegen richtige Spiele kann ich glaube nicht so gut den alle aber das schon fast mit dem das ist ein bisschen mit verbaut bei uns jetzt habe ich einen jump head und der linker Ton auf dem Holz vielleicht rennt einfach irgendein dummer da rein weg weg w ich gehe zum Lüftlob noch mal auf ein bisschen Ehre so ich habe Angst in welchen Gebüsch sind aber nicht da kann man ja von ihr nicht kriegen oder von ähnlichen vielleicht aber die bürger die kürzeln und überwältigt aber wenn er von dem bürger von dem kopf hoch er hat eine Bedeutung aus welchen vorliegt nun das tun also ich sie beantworten kippen Willst du überhaupt nicht mal dein Inventar sortieren? Mein Inventar ist sortiert. Janet, wie viel Käse hast du? Sieben. Wie viel? Sieben. Insgesamt haben wir acht. Was denn? Was war denn das gerade? Deine Fein, die du da hinten gebläst hast. Ist jetzt jemand reingegangen? Ja. Was? Deswegen lach ich doch. Meine XP-Muster. Schön durch die Zone, ne? Du hast eine vergessen, aber egal. Ach, egal. Ich möchte gerne diese Idioten einfach mal sehen, ne? Wahrscheinlich sind die da vorne im Bus. Ach, ich muss schon wieder so weit in die Zone. Ich muss schon wieder in die Zone, ne? Ich muss schon wieder in die Zone. Das wird dir doch angezeigt. Ne, ne, hab ich auch nicht. Hä? Geht einfach mit der Seilbahn in die Zone. Rechts oben ist doch die der Seilbahn. Auf dem eigenen Hügel. Rechts. Das war links. Das ist... Junge, ich bin in deiner Sicht. Ja, da. Da irgendwo war ne Seilbahn, mal. Da ganz oben, ja. Ja, ich gehe mal in die Zone. Ja, damit kommst du schnell in die Zone, Junge. Dann schwimm noch nicht zu, du Fisch. Den schwimm noch in die Zone, du Fisch. Ich spiel in keinen Fuss. Ich spiel in ein Superfuss. er in jedem e-mail aufgrund macht jetzt für dich er hat den Gegner drin muss an die Tür aufmachen oh mein Gott ich bin so uneingeschmied der hätte ich nicht bewirkt ich habe noch nie mal ein schaden zugefügt doch das in ein paar hübschel geben einen das war nicht der wir haben mich auch noch leise wenn ich jetzt noch auf das wenn man falsch an nein ich kann was können mitgenommen Für was denn? Ich brauch DMP, wenn ich Pump spiele. Und das ist einfach ne Legende. Aber wofür brauchst du ne MP? Für die Pump? Nein, brauchst du nicht. Du brauchst nicht immer ne MP. Wenn Day Oath. Pump, Oak, Heavy. MP und Low. Das waren so die Bot-Gegner, ne? Aber der hat einfach Auto-Aim, genau wie du auf der Switch, ne? Jetzt geht's auf Wirdspieler. Der hat ein A.K.A. A.K.A. hatten die deinen Aim. Oh, komm, bitte medkit oder so, ne? Ja, Mann! Okay! Luck as fuck, Lukas, ne? Mhh, geil! Und das lehnen auch die Leute, geil. Ja, aber wer sagt, das wird epische, ne? Ich hol jetzt einen Solo-epischen, ne? Ich hab ja in Pimo die vollen. ne? Ich verdient gerne dein Ladengeld, äh, es kommt mir, ja. Wir werden den Legenden für uns nochmal sehen. Und komm, Janis auch noch, komm. Warum das denn? Weil er lost ist. Ich hab gar nicht gehört, das ist nicht meinst du. Nein. Es ist so, dass du da bist. Komm. Komm. Haben dich nicht getroffen, ne? Warte. Weil du... Und du. Äh, drei wie so los. JET WANN! Einfach immer wieder, wiederbeleben getötet, ne? So, nein, 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 nein. Er muss nur pinken. Warte, hä? Von, von, von den Wörterstuhln habe gelagert. Von ihm! Er hat aber nicht schlecht, ne? Komm, ein bisschen dumm. Ich würde das nicht machen, ich werde ja genommen auch. Ich, ich. Und dort, wenn er wieder mit einem Raketenwerfer ist, ich, äh, werde ich in Wörterstuhl bauen. Okay, dabei, Raketenwerfer. Ein Nachtgeladen, bitte. Aber es ist lauter. Von einer Seite bis zu nicht schlecht gewesen, aber egal. Okay, dann kann ich erst mal looten, ne? That, äh, Tommy Gun. Und ich, genau, den EMP Auto. Naja, also... Oh, genau. Genau, nochmal im Bein, défen dürfen hier. Den Nienis, genau. Let's film it. Leih, du Backe. Kleiner, der Jumpit. was für ein Jumping Digger die Captor oben der Bluthof, ok er looet er looet er oder? was hast du denn? die ist doch mit der äh zombie gun drauf mach ich jetzt auch, ich muss ihn kurz nachladen ich geh ohne mir es war nett und nett, oh das wär geil gewesen, ne? das war aber dumm wir schießen runter auch schade, ich dachte, er hat kein Jumping mehr was war noch ein Jumping? hab 4 ich hab' doch das war noch ein Jumping ich hab' dann versucht, das gerade abzubauen ich würde schon mal die Jumping schlägen oder so, wacke wo ist das denn? jetzt weiß ich noch, dass du loo bist und greif dich weiter an übern hier, übern hier, glaub ich ne, und unter mir doch, er ist er bei mir er hat dich selbst eliminiert, oder? ja, er ist runtergefallen, ne? ooooh ooooh